Hallo, ich heiße Lea. Hi, ich bin Lena. Ich bin Marie. Vielfalt bedeutet, anders zu sein. Jeder Mensch ist anders, aber sie sollten trotzdem gleich behandelt werden. Zum Beispiel in unserem Team. Wir sind auch alle anders. Wir verstehen uns alle sehr gut. Früher, die Mädchen durften früher nicht tanzen. Das ist in unserem Team echt schade, weil wir alle sehr gerne tanzen. Es war schon sehr traurig, was früher alles verboten wurde.